Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Update begrüßen. Kapitalmärkte und strategische Vermögensverwaltung, was sind die Themen, auf die man sich momentan konzentrieren sollte? Was bedeutet das übersetzt für die Anlagestrategie? Diese Themen werden wir heute beleuchten und wir steigen direkt ein mit einem Blick auf die rechtlichen Hinweise. Sie alle sind Profis und wissen, dass natürlich Kapitalanlagen beinhalten Risiken und natürlich gibt es nie Garantien dafür, dass Strategien erfolgreich sind, so glaube ich auch der gesunde Menschenverstand. Also das Thema heute, entsprechend das Update zu den Märkten, übersetzt zur strategischen Vermögensverwaltung. Die Agenda, wir steigen ein mit dem Thema China, was heißt das eigentlich, welche Themen sind dort relevant? Dann Kapitalmarkt, was sind die Entwicklungen im laufenden Kalenderjahr, das können wir sehr kompakt halten. Inflation und Zinsen, da die große Frage, ist das nur eine Episode mit begrenzter Dauer oder reden wir über eine neue Epoche? Vermögensklassen, eine relative Betrachtung und Risikoprämien, das relevant für die Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen, aber natürlich auch für die Positionierung innerhalb der beiden großen Segmente. Und abschließend, respektive, das zieht sich als roter Faden mit Hinweisen hindurch, was heißt das für die strategische Vermögensverwaltung? Konkret eben die Strategienfaktorportfolio, respektive die sehr ähnlich strukturierte, aber mit geringerer Aktienquote ausgestattete Strategiefaktordepot. Zunächst der Blick, wie gesagt, auf China, Sie können es hier sehr gut nachvollziehen, in Grau, die Daten eben per Ende 2022. Und hier sehen Sie die Kredite an den privaten, nicht finanziellen Sektor in Relation zur Wirtschaftsleistung. Und da sehen Sie, da ist China in guter Gesellschaft. In Japan hatten wir hier mal gewisse Exzesse. Sie wissen, dann ist eine Blase geplatzt vor und im Rahmen der Finanzkrise natürlich auch in Großbritannien das ein Thema, aber natürlich auch in den USA. Deutschland sehen Sie hier noch einmal entsprechend abgebildet. Aber der große Punkt in China ist natürlich, das Land ist extrem stark gewachsen, der Wohlstand ist gestiegen, aber die Immobilien und auch Infrastruktur in Westmains waren ein Instrument, um den Wohlstand steigen zu lassen, um Arbeiter in Lohn und Brot zu bekommen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, gibt es da Überkapazität? Es gibt immer mal wieder Berichte und Videos über eine Vielzahl von leerstehenden Immobilien, über Geisterstädte und ähnliches. Und nun stellt man sich natürlich die Frage, bekommt dieser Immobilienmarkt deutlich Riss? Es wurde immer mal wieder diskutiert, dann gab es Insolvenzen von Immobilienprojektentwicklern. Und dieses Thema beschäftigt natürlich die Märkte. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann würde man eigentlich erwarten, dass hohe Schulden deflationär wirken, also die Wirtschaftsleistung entsprechend abbremsen. Auch eine Demografie, die vielleicht eher von älteren Personen geprägt ist, sollte eher deflationär wirken. Und von daher darf der Blick auf die jüngsten Konsumenten- und Produzentenpreise in China nicht überraschen. Sie sehen die Konsumentenpreise in Türkis, minus 0,3 Prozent zum Vorjahr, also ein fallendes Preisniveau. Die Produzentenpreise, minus 4,4 Prozent. Das natürlich zum einen bedenklich, weil es ein Indikator sein könnte für die globale Dynamik, was die Konjunktur angeht. Auf der anderen Seite ist das natürlich positiv, weil wenn chinesische Unternehmen bei nun wieder intakten Lieferketten und sich normalisierenden Frachtraten günstiges Preisniveau exportieren können, dann bedeutet das natürlich fallende Importpreise für die europäischen Unternehmen, für die amerikanischen Unternehmen. Und das könnte eben dazu führen, dass der Inflationsdruck auch hier leicht unterstützt wird, also sprich, dass er eben weiter zurückgeht. Also die Deflation in China könnte disinflationäre Tendenzen in der westlichen Welt begünstigen, könnte zum Beispiel aber auch dafür sorgen, dass Unternehmen, wenn sie ihre Preise konstant lassen, davor bewahrt, dass ihre Margen schwanken. Also von daher, man kann es aus zwei verschiedenen Aspekten beleuchten. Wichtig aus unserer Perspektive für die strategische globale Vermögensanlage, das Thema China, das Thema Schulden in China, das Thema Immobilienmarkt und der Umgang der Regierung mit den Problemen am Häusermarkt und mit der hohen Jugendarbeitslosigkeit und Ähnlichem, den musste man schon lange auf dem Schirm halten. Dieses Timing für die Kapitalanlage allerdings nahezu unmöglich und da in einem global diversifizierten Portfolio, bei dem zum Beispiel im Aktienbereich ungefähr 15% der Aktienquote in aufstrebenden Volkswirtschaften liegen, davon natürlich auch ein hoher Anteil in China. Das konnte man eben dadurch reflektieren, dass man vielleicht die aufstrebenden Volkswirtschaften nicht höher gewichtet hat, als in dieser marktkapitalisierungsgewichteten Logik. Also beispielsweise war es mal sehr lange prominent, eine Idee zu sagen, man gewichtet doch besser die Aktienquote nach der Wirtschaftsleistung einer Region, eines Landes. Und das hätte natürlich zu Quoten geführt, dann hätten sie Schwellenländeranteile im Portfolio eher um die 40%. Das wäre natürlich sehr nachteilig gewesen. Also von daher China, man muss es im Blick behalten. Aktuell kein klares Votum möglich, weil einfach zu viele bewegliche Teile sich hier im Spiel befinden, von daher die Nachrichtenlage wahrnehmen, aber für ein global diversifiziertes Portfolio sind die konkreten Auswirkungen aktuell noch überschaubar. Daher der Blick auch auf die Vermögenspreise im laufenden Kalenderjahr. Wir sehen das hier, der globale Aktienmarkt der Industrienation, großer Unterschied. Sie sehen es seit Jahresbeginn plus 13,4%. Wenn Sie dagegen eben die aufstrebenden Volkswirtschaften nehmen, Thema auch China enthalten, da sehen sie eben nur 3,4%. Also ungefähr 25% nur der positiven Wertentwicklung der Industrienation. Und da sieht man eben auch, dass eine Gewichtung von aufstrebenden Volkswirtschaften höher als die klassische Marktkapitalisierungsgewichtete denke, die die prominenten Indexbetreiber hier fahren, sich nachteilig ausgewirkt hätte. Was wir noch haben, klar bei Gold, nicht Teil der strategischen Vermögensverwaltung, aber interessant, da sehen wir eben insbesondere in den letzten Wochen, wo wir steigende Zinsen, steigende Realzinsen haben, da ist bei Gold natürlich Gegenwind. Da fehlen entsprechende Treiber für den Preis von Gold in einer volatilen Seitwärtsbewegung ohne richtige Treiber. Was wir noch sehen, die Rohstoffeentwicklung nur 1,55%. In der 4-Wochen-Betrachtung seit Jahresbeginn leichte Minus. Das natürlich A, wieder positiv für das Thema Inflation, natürlich negativ in der Interpretation für die globale Dynamik, weil weniger Rohstoffnachfrage bei gleichzeitig fallenden Preisen könnte ja für eine Konjunkturabkühlung sprechen. Von daher, das gilt es wie gesagt abzuwarten. Und die Anleihen, da sehen wir eben im Rahmen der geldpolitischen Verknappung, im Rahmen der steigenden Zinsen sehen wir die Anleihen schwach, insbesondere im Vergleich zu Aktien. Von daher, man muss sich ganz genau auch klar machen, welche Rolle haben eigentlich Aktien im Portfolio, welche Anleihen, aber das sehen wir auch gleich noch beim Blick ins Portfolio. Und dann Euro-Dollar, ja seit Jahresbeginn der Euro konnte entsprechend aufwerten, aber in den letzten 4 Wochen ging es wieder nach unten, 2,4% dann die Abwertung des Euros gegenüber dem Dollar, was natürlich immer positiv ist, wenn der Euro abwertet aus der Sicht eines globalen Portfolios, weil dann eben Währungsaufwertungen positiv, speziell auch in der Aktienquote, sich bemerkbar machen. Die Themen, die wir diskutieren, natürlich der Aspekt rund um die Inflation, ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, wären natürlich auch alle in dieser Woche auf die Jackson Hole Conference in den USA. Schauen hier mal die europäische Inflationsrate, Sie sehen es, die klassische Inflationsrate in Türkis, deutlich zurückgekommen vom zweistelligen Wert auf 5,3%, aber die strukturelle Kerninflationsrate immer noch 5,5%, weit von dem entfernt, was man sich bei der Notenbank vorstellt. Von daher, wir glauben, die besonderen Rahmenbedingungen aus den Corona-Lockdowns, die zur Güterpreisinflation geführt haben, die liegen hinter uns. Aktuell haben wir eben die Inflation bei den Dienstleistungsangeboten, denken Sie an das Thema Urlaub, denken Sie an das Thema Reisen im Allgemeinen, Hotels und Co., aber natürlich auch Gastronomie. Und im nächsten Schritt wird man sich die Frage stellen, welche strukturellen Inflationstreiber kommen denn eben über den Arbeitsmarkt, weil ja auch hier entsprechend in der westlichen Welt, betrachten Sie beispielsweise Deutschland, jedoch die Babyboomer-Generationen, also die geburtenstarken Jahrgänge, in den Ruhestand gehen. Das bei ohnehin knappen Arbeitsmärkten und bei einer Zuwanderung, die bisher sich nicht positiv bemerkbar gemacht hat in der Breite, dann sehen wir eben, dass Arbeit tendenziell teurer werden könnte. Und inwieweit die Digitalisierung und die Automatisierung, Stichwort künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen hier entgegenwirken und was sich hier vielleicht auch gegenseitig ausgleichen könnte, das bleibt auch entsprechend abzuwarten, hat aber jetzt auch erstmal für die Portfoliokonstruktion keine große Relevanz. Was wir noch sehen, die Inflationserwartung abgeleitet aus sogenannten Inflations-Swaps, also das sind Tauschgeschäfte, Sie sehen es hier, links für zwei Jahre, rechts für fünf Jahre, türkis für die Eurozone, dunkelblau für die USA, da sehen Sie, die kamen auch von den Höchstwerten zurück, das ist natürlich erstmal positiv, aber die Erwartungen liegen eben oberhalb dessen, was die Notenbanken als Zielgröße definieren. Vielleicht passen die Notenbanken ihre Zielgröße, was die Inflation angeht, nach oben an, also vielleicht ist 3% das alte 2%, vielleicht sehen wir aber auch, dass die disinflationären Trends, die wir bei den Produzentenpreisen sehen, die wir bei Importpreisen haben, dass die doch so stark sind, dass zumindest die klassische Inflationsrate unterschießt, also sprich die Kerninflationsraten bleiben oberhalb der zweiprozentigen Zielgröße, aber die klassische Inflationsrate auch durch Basiseffekte, Rückgang Energiepreise, gut gefüllte Gasspeicher in der Europäischen Union, dass wir hier einen auseinanderklaffen sehen und dann wird man eben beobachten müssen, was macht die Notenbank aus diesen Divergenzen zwischen Hauptrate und Kerninflationsrate. Wenn man das Ganze zusammenführt, hier im Beispiel für die Vereinigten Staaten dargestellt, dann sehen Sie in blau die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, da sehen Sie 4,3% ein Wert, den wir aktuell haben, das hatten wir natürlich seit vielen, vielen Jahren nicht, also der Preis für das Geld in Form des Zinses, der ist deutlich zurück, aber was Sie hier auch sehen, ist die Rendite einer inflationsgesicherten US-Staatsanleihe gleicher Laufzeit, also gleiche Bonität bei gleicher Schuldner, gleiche Laufzeit und da sehen Sie eben, die steigt eben auch entsprechend an und die Differenz zwischen beiden ist die sogenannte Break-Even-Inflationserwartung, also auch quasi ein Kapitalmarkt-basiertes Kriterium, um die Inflationserwartung zu messen und wenn Sie nun eben die Realzinsen errechnen wollen, dann nehmen Sie eben die Rendite der klassischen Staatsanleihe, sagen wir 4,3%, Sie nehmen die Break-Even-Rate, sagen wir mal hier 2,4% und wenn Sie dann von 4,3%, 2,4% subtrahieren, dann bleiben eben 1,9% Realzins übrig und dieser Realzins war ja deutlich negativ, also wir sehen hier von negativen Realzinsen hin zu deutlich positiven Realzinsen, das ist doch wirklich eine wahrscheinlich neue Epoche und von daher innerhalb dieser Epoche wird man schauen, wie lange werden die Zinsen und die Inflationsraten auf einem erhöhten Niveau bleiben, wird vielleicht die Inflation zurückkommen, während gleichzeitig die Zinsen hoch bleiben, weil eben auch die Staatsverschuldung hoch ist und dann könnten wir sogar noch steigende Realzinsen sehen und steigende Realzinsen haben natürlich Auswirkungen auf den Goldpreis, auf Immobilienpreise, aber auch auf viele andere Vermögenspreise, von daher der Blick auf die Realzinsen, der ist sehr, sehr wichtig, also nominell ist Vorinflation, Realzinsen ist unter Einbezug der Inflation, nicht der aktuellen Inflationsrate, sondern der Inflationserwartung, also wenn Sie 10-jährige Renditen betrachten, dann nehmen Sie eben auch die 10-jährigen erwarteten Inflationsraten, die können natürlich immer auch falsch sein, aber es gibt ein gutes Gefühl dafür, was am Kapitalmarkt eingepreist ist und was eben auch in die Bewertung von Vermögenspreisen einfließt. Worauf Anleger noch blicken könnten, das sehen Sie eben auch hier zusammengefasst vereinfacht gesprochen in Türkis, da sehen Sie die Gewinnrendite für den S&P 500, Gewinnrendite ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis und dann der Kehrwert, das kennen Sie vielleicht von Immobilien, wenn Sie eine Immobilie haben, die beispielsweise eine Miete von 5 abwirft und Sie müssen 100 Euro bezahlen, um die Immobilie zu kaufen, dann zahlen Sie das 20-fache des Jahresertrages, also ein Multiplikator, so heißt es bei Aktien, bei Immobilien heißt es vervielfältiger und wenn man das eben vornimmt und nimmt beispielsweise in dunkelblau die Rendite von Unternehmensanleihen guter Bonität im Dollar 5-jähriger Laufzeit, dann sehen Sie eben, dass hier die Anleihen- und die Aktienrenditen nahezu vergleichbar sind. Natürlich Aktienrenditen sind nach oben nicht gedeckelt, Anleihenrenditen schon, dafür ist der Anleihgläubiger bevorrichtigt, der Aktionär bekommt immer erst am Schluss, das was Mitarbeiter, Dienstleister und ähnliche Fiskus und Co. übrig gelassen haben, aber wir sehen eben auch, dass die Renditen von kurzlaufenden, sicheren Anlagen, wie beispielsweise der US-Staatsanleihe, dreimonatiger Laufzeit, die ist eben höher als das, was man hier als Gewinnerendite am Aktienmarkt hat, was auch erklärt, warum Sie häufig in Wirtschaftspublikationen lesen, haben, dass der US-Aktienmarkt vielleicht etwas arg teuer geworden ist, also das hier in der relativen Betrachtung, da hat sich vieles verändert, weil bis vor nicht allzu langer Zeit waren Anleihen ja gar keine Alternative, weil wenn Sie bei Anleihen 1, 1,5% bekommen haben, dann waren eben die Aktien deutlich interessanter, das hat sich nun verändert, wir haben nun wieder Opportunitätskosten, die Aktienanlegern entstehen, wenn Sie keine Zinsen vereinnahmen, weil Sie können das Geld ja nur einmal ausgeben und hier ist es eben ganz wichtig, sich klar zu machen, für welche Laufzeit bekomme ich welchen Zins, weil es ist natürlich schön, wenn Sie für 3-monatige US-Staatsanleihen eine per anno Rendite von 5,5% haben, aber wenn die Zinsen in einem Jahr dann wieder niedriger sind, dann haben Sie ja ein sogenanntes Wiederanlagerisiko, deswegen die große Frage, wann sichere ich mir welches Zinsniveau für welchen Zeitraum, die Experten bezeichnen das als Duration, die wird in der nächsten Zeit wieder relevanter werden. Was wir dementsprechend noch haben, nachdem wir uns die relative Bewertung angeschaut haben, auch von Vermögensklassen, also zwischen Vermögensklassen, schauen wir nun mal im Aktienmarkt und das sehen Sie hier eben für Aktien Europa in Relation zur eigenen Historie seit 1973 und da sehen Sie eben, der europäische Aktienmarkt handelt, was die Bewertungen angeht, mit einem gewissen Abschlag in den USA, der S&P 500, da sehen Sie eben ein deutlicher Aufschlag von 34% zur eigenen Historie und daher erklärt das natürlich auch, dass viele der Meinung sind, Europa sollte vielleicht etwas höher gewichtet werden im Vergleich zu USA, das bleibt letztendlich abzuwarten, Sie wissen, wir gehen davon aus, dass man beide Regionen im Portfolio berücksichtigt, aber sich vielleicht etwas ausgewogener positioniert, als die klassische indexbezogene Logik, die ja dann oft 60% Nordamerika im Aktienteil beinhaltet, was aktuell der teuerste Markt natürlich auch ist, wie wir es sehen, das Thema KI spielt hier natürlich auch mit rein, von daher der Blick aufs Portfolio, bei Faktor Portfolio, starre Quoten, 65 Aktien zu 35 Anleihen und Cash, Sie wissen, die Anpassung erfolgen dementsprechend sehr stark innerhalb der Quoten mit einem Rebalancing auf Vermögensklassenebene bei oder nach starken Bewegungen, respektive typischerweise einmal im Jahr und der Blick auf die Aktienquote, der zeigt das eben auch hier, Sie sehen hier Relation zum globalen Aktienmarkt inklusive Schwellenländern, die relative Positionierung, also natürlich finden Sie da auch Titel wie Nvidia, die natürlich momentan die Schlagzeilen dominieren, aber da sehen Sie eben auch, der Nvidia ist drin mit 1,4% der Aktienquote, aber 0,4% geringer als im Index, gleiches gilt eben auch für Amazon, Microsoft und Apple insgesamt, wie gesagt, in Relation zu den globalen Indizes, Nordamerika etwas geringer gewichtet, dafür andere Märkte etwas höher gewichtet, alles in allem kann man sagen, wenn man die Kennzahlen betrachtet, Investment, wie es sein soll, in den globalen Aktienmarkt, in den globalen Kapitalstock, mit etwas breiterer Diversifikation als der klassische marktkapitalisierungsgewichtete Index und wenn wir die Kennzahlen haben, dementsprechend noch etwas günstiger bewertet, was auch eben zu einer leicht höheren Dividendenrendite führt. Im Anleihbereich, die wichtige Unterteilung nach den beiden Rollen, zum einen die Staatsanleihen, die sehen Sie hier dargestellt, die machen gemessen an der Anleihenquote Anleihenquote ungefähr 57% aus, auch dann nochmal andere supranationale Anleihen, natürlich auch nochmal eher defensiv, das heißt der Anteil Anleihen, die defensive Charakteristika haben, was die Bonität angeht, eher hoch. Warum? Klar, das ist ja das Gegengewicht dazu, wenn es am Aktienmarkt schwieriger wird, weil dann würde man erwarten, dass Zinsen fallen, von daher sehen Sie auch hier bei der Restlaufzeit, respektive korrekt formuliert, bei der Duration, bei den sicheren Anleihen ist die Restlaufzeit höher. Warum? Weil ein Problem bei der Konjunktur, denken Sie an eine Eskalation rund um die chinesische Immobilienmarktkrise, denken Sie an eine Eskalation im Russland-Ukraine-Krieg, der vielleicht weitere NATO-Partner insgesamt involvieren könnte, dann möchte man Duration haben, also das, was aktuell in der Phase steigender Renditen ungünstig ist, Duration bei Staatsanleihen, ist positiv im Falle, wenn eben die Konjunktur Probleme hat, oder wenn wir sonstige geopolitische Krisenherde haben, die sich verschärfen. Die Unternehmensanleihen, die sehen Sie hier, hier natürlich geringer gewichtet insgesamt, die sind letztendlich auch eine Ergänzung der Aktienquote, und nach der Zinswende erwartet man sich natürlich hier auch wieder vernünftige Erträge, aber auch im Anleihportfolio ist da noch mit kurzlaufenden Papieren genügend Luft, um bei weiter steigenden Zinsen nochmal etwas mehr Duration im Portfolio hereinzunehmen. Also von daher die Ausrichtung, wie man es erwarten würde, global diversifiziert, innerhalb der Aktienquote etwas defensiver als die Marktindizes, etwas breiter diversifiziert, weniger Klumpenrisiken im Anleihbereich, die Staatsanleihen mit einer höheren Restlaufzeit, als Schutz, als Portfolio-Stabilisator, wenn Aktien eben auch fallen, aufgrund von konjunkturellen oder geopolitischen Problemen, und die Unternehmensanleihen, um eben die laufende Rendite etwas zu unterstützen, aber auch noch mit Puffer, um weiter hier Positionen aufbauen zu können, eben in Abhängigkeit dessen, was die Kapitalmärkte tun. Das alles aber im klaren Korsett, in der klaren Rahmenumgebung, die eben für die strategische Vermögensverwaltung gilt. Faktor Portfolio, 65% Aktien zu 35% Anleihen und Cash, Faktor Depot, gleiche Logik, ähnliche Diversifizierung, aber eben mit 40% Aktien und 60% Cash und entsprechend Anleihen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es an dieser Stelle gewesen sein, mit dem kurzen Update. Zusätzlicher nochmal empfehlenswert, der Quartalsbericht per Ende Juni, da hat sich gar nicht so viel mehr getan, was die strategischen Themen betrifft und von daher darf ich Ihnen nur das Beste wünschen. Bleiben Sie gesund, bis bald, auf Wiedersehen.